hallo freunde meines youtube kanals mal wieder ein video von mir auch dieses mal geht es um das thema 3d drucken ich hatte jetzt die letzten tage einiges an zeit um da ein bisschen rum zu experimentieren und zu schauen wie das funktioniert und erfahrungen zu sammeln hatte da eigentlich auch ganz gute drucke bis es dann irgendwann mal anfing seltsam zu werden ich hatte dann probleme mit der qualität hatte ein ziemlich starkes stringing also solche solche fäden die dann zwischen dem objekt hin und her ging und dann geguckt habe mir die software angeguckt hatte auch gesehen dass da eigentlich der das retrackt eigentlich vernünftig eingestellt war und habe dann festgestellt oder beobachtet beim drucken dass sich hier oben beim beim extruder also hier der der ptf e schlauch bewegt hat ursprünglich oder mal kurz rüber war da dieses teil hier eingebaut man kann das sehen das ist da ist auch noch ein ersatz mitgeliefert worden ich vermute mal oder mittlerweile verstehe ich warum weil diese halterung hier nur innen drin nur so kunststoff nasen hat und wohl durch das hin und her beim 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 retrack wenn das filament immer wieder zurückgezogen wird leiert das wohl aus und dann fängt der schlauch da drin an zu wackeln es gibt dann auf youtube waren dann hinweise drauf man können sich hier solche solche clips drucken die man dann hier drauf steckt um das etwas zu mildern aber ganz weg ist es damit auch nicht gegangen ich habe dann gar lange gefackelt und habe dann eben im internet mir entsprechend neue ordentliche bestellt die sind auch einiges größer haben innen drin metall klammern und genau so ein teil habe ich jetzt hier auch dran das montiert und seitdem ist das thema hier geschichte da wackelt jetzt nichts mehr groß das funktioniert gut ich habe dann auch es wird dann auch besser hatte aber immer noch dann auch probleme ich hatte auch probleme mit sagen mal merkwürdigen sagen mal der artefakten in den drucken habe dann mal von kürer aufs leiser gewechselt da waren die ergebnisse noch schlechter aber das liegt wohl daran dass leiser nicht ganz so pflegeleicht ist da ein vernünftiges profil zu erstellen da muss man sich dann schon noch mal tiefer einarbeiten da hatte ich jetzt eigentlich auch keine zeit dazu ich habe dann eben in kürer mal genauer geschaut und habe da so ein paar merkwürdigkeiten festgestellt also die bahnberechnungen die das kürer zum teil macht sind so nicht so unbedingt na ja wie soll man sagen eingängig ich habe es jetzt bei diesem modell das ist jetzt ein gehäuse in dem fall eine unterschale für einen raspberry pi zum beispiel festgestellt dass er obwohl ich es eigentlich so eingetragen habe dass er die wände optimiert drucken soll hat er unten angefangen den außenrahmen zu zeichnen hat dann aufgehört nach einer bahn hat dann angefangen die die öffnungen erst zu machen und darum zu kurbeln ist da auch von links nach rechts gehüpft und hat dann als er die unteren hatte erst außen den rahmen fertig gemacht und verschwendet da natürlich auch zeit weil da ja auch viel fahrarbeit mit dabei ist und man sieht manchmal auch dass er da so ja hin und her hüpft und auch so bobble hinterlässt weil er dann irgendwo die bahn merkwürdig macht ich habe auch solche hier hatte ich mal am anfang die überzeit diese haiklammern habe ich jetzt ein paar noch gedruckt und da hatte ich eben auch so effekte dass hier zum beispiel ich weiß nicht ob man das gut sieht jetzt mal hin und gucken ob ich die schärfe besser hinkriege wahrscheinlich sieht man es nicht gut da sind hier so richtige bobble so artefakte hier auf der oberfläche das habe ich an einigen stellen beobachtet das ist aber nicht also aus meiner sicht nicht der drucker weil er kann sauber drucken ich habe dann mal solche test objekte gedruckt und dieses hier das ist so ein test objekt mit mit schrägen übergängen wo auch temperaturen drin stehen und das ist eigentlich sehr sauber geworden da ist kein streaming drin und gar nichts das sieht super aus dann habe ich mal so ein fertiges objekt gedruckt das ist ein temperatur tower der hier das ist auch dieses schwarze filament und wo ich von das filament gekauft habe auch das ist sauber rausgekommen also da ist der g code auch sauber der war schon fertig gesliced und konnte direkt so gedruckt werden ohne problem hat wunderbar funktioniert alle kanten sind in ordnung da ist kein stringing großartig dran und gar nichts das heißt generell der drucker kann es es kommen auch gute objekte raus ich habe zum beispiel hier dass die hier habe ich gedruckt das ist ein adapter oben für das filament bewegt das habe ich deshalb gedruckt weil die die filament rollen größeren durchmesser haben als diese diese achse die hier drin steckt und dann hängen wieder drauf und wollen sich eigentlich gar nicht richtig drehen was dann dafür sorgt dass der extruder da an dem an dem filament ziehen muss was man dann zum teil auch hört und deshalb habe ich da so eine adapter rolle gedruckt die erste die ich gemacht habe die hier die ist allerdings etwas zu kurz geworden für die großen rollen also habe ich sie noch mal gedruckt aber auch die sind eigentlich sauber aber wobei man auch hier sieht das ist ein objekt gewesen was ich in 3d gezeichnet habe als ein komplettes element also fertig ist das ist ein teil gewesen da man keine mehreren komponenten in einer form und trotzdem sieht man hier innen drin das ist und so ein dunkler ring ich gehe mal runter guck mal ich sehe das jetzt scharf von oben ja ein bisschen wird man sehen hier ist so ein dunkler ring da fehlt quasi eine eine filamentspur und das hat er auch so gedruckt er hat im prinzip hier außen angefangen ist hier rumgefahren dann ist er nach innen gegangen ist hier rumgefahren hat das irgendwie gefühlt hat hier was gemacht hat hier wieder gefühlt anstatt das ding einfach von innen nach außen komplett durchzufüllen hat er hier einfach eine lücke gelassen das so gedruckt also es ist irgendwie nicht so richtig eingängig warum er da manchmal so merkwürdige bahnen fährt ansonsten aber ist die oberfläche sauber kann man eigentlich nicht meckern ich habe auch ein anderes respire pie gehäuse gedruckt das ist hier das ist eigentlich auch ordentlich geworden da kann man auch nicht meckern mir ist nur hinterher aufgefallen dass ich die krassenen schrauben und ich habe die muss ich mir noch besorgen druck jetzt noch mal ein anderes gehäuse wo ein bisschen größer ist äh einfach auch als vergleich ähm aber wie gesagt die ergebnisse sind nicht schlecht aber es hängt sehr viel ähm von der slicer software ab also eben cura selber muss man doch genauer mal hingucken und sich auch die bahnen manchmal anschauen weil er doch so manchmal etwas merkwürdige äh bahnen fährt und 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 Dinge da tut also das äh äh da äh ja ist etwas merkwürdig ich gucke mal ob ich das nachhabe ich da am pc auch mal kurz anhand dieser haifisch klammer zeigen kann weil mir da nämlich auch merkwürdige effekte aufgefallen sind die letzte nach optimieren vom code äh oder von von den einstellungen die sind eigentlich ganz ordentlich geworden das ist die hier die funktioniert sehr gut und hat auch wenig wenig artefakte dran so ein paar kleine dinger sieht man manchmal noch aber es ist im großen und ganz in Ordnung aber wie gesagt da aus meiner sicht herrscht da in der software noch äh optimierungsbedarf äh da sind meiner meinung nach noch so ein paar ecken und kanten drin wie gesagt slicer muss ich mir mal angucken da brauche ich allerdings ein bisschen zeit um mal zu gucken wie ich da die parameter richtig einstellen muss für den ender 3 oder ich muss mich mal auf die suche machen ob schon jemand mal ein profil erstellt hat für slicer für den ender 3 da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen das muss ich mal schauen ja ich bin jetzt mal von der kamera auf den pc gewechselt weil ich noch mal kurz noch zeigen wollte was mir damit in verbindung mit cura und dem slicing von objekten aufgefallen ist ähm was ich als programm fehler eigentlich ansehe oder zumindest merkwürdig ist ähm wie gesagt ich habe hier für cura ein 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 profil ein druck und drucker äh erstellt entsprechend den infos die ich im im internet gefunden habe im prinzip basiert er auf dem reality cr10 den das cura kennt und äh ist halt angepasst im sinne von den 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 größen dem bauraum oder dem druckraum den der ender 3 hat und ich habe noch ein bisschen an den start g code und end g code gearbeitet sind noch ein bisschen für mich angepasst das ist im prinzip eigentlich nur kosmetik das ändert eigentlich nichts groß an dem verhalten oder an dem an den an den dateien die rauskommen genau so habe ich ein profil schon mal erarbeitet was aus meiner sicht sinnvoll ist da stecken so sachen drin wie das ähm wie das wie der re track dass er also beim beim bewegen über das objekt wenn er eben von einer position zur anderen schnell bewegt ohne was zu drucken daneben das filamenten stück zurückzieht das habe ich optimiert und ich habe da auch eingestellt dass er in diesem fall die z-achse leicht erhöht weil ich festgestellt habe wenn er über ein bestehendes objekt also über eine fläche die gedruckt ist drüber fährt um an eine andere stelle zu kommen es doch manchmal so rumpelgeräusche kriegt gibt weil wohl das filamenten nach dem drucken halt vielleicht noch ein bisschen sich wieder erhebt und dann geht die nozzel da über eine bestehende schicht und das gibt so ein bisschen rumpelgeräusche sehen tut man es jetzt nicht groß aber man hört das zum teil und dann habe ich das mal probiert und da gibt es eben so eine option dass er eben kurz den die z-achse ein stück anhebt fährt und wieder absenkt und dann sind diese geräusche weg das ist eigentlich eine ganz sinnvolle option kostet auch nicht arg viel zeit ansonsten ist eigentlich da nichts groß geändert die optionen stehen eigentlich so wie man sie für den drucker eigentlich idealerweise braucht oder wie sie sinnvoll sind wenn man jetzt diese haifisch klammer mal lädt und er sie dann positioniert wir gehen mal ein stück raus dass man das mal den bauraum mal sieht so sieht das aus also die liegt jetzt so drin quer im tisch das ist der nullpunkt und wenn man jetzt den den vorgaben folgt die oder den empfehlung für den druck dass eine wanddicke von vier schichten in dem fall 1,6 mm verwendet wird und dann auch noch das entsprechend auch auf die obere und untere schicht bezieht und sagt okay die dicke will ich eben auch mit mit vier haben das heißt 0,8 soll das dick sein dann sind das vier schichten und das dann so berechnet fallen einem zwei dinge auf wenn man sich das mal in den schichten anguckt zum einen dass dieses raft außenrum falsch berechnet wird das ist diese erste schicht die herum zieht um eben die 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 dafür sicherzustellen dass aus der nozzle auch filament rauskommt und die geht hier unter durchs objekt durch anstatt hier außen rum wie es eigentlich sein sollte so das nächste was dann passiert wenn man dann genauer hinguckt ist mir aufgefallen weil die klammer nämlich geklemmt hat dass er an der stelle dass man gerade ein bisschen verschieben dass man das dass man das besser sieht dass er an den stellen hier wo der übergang ist das ist ja so ein so hier entsteht ja so ein hohlraum wenn man das mal so zu macht hier sieht man den hohlraum wo eben diese quer verbindung von dem unteren teil hier zum kopf durch geht und dass man eben liegt die auf die klammer drücken kann und kann dann eben hier öffnen und schließen und wenn man an diese flächen hier guckt die da entstehen dann fällt nämlich auf dass hier bei der letzten schicht hier hier plötzlich nicht gerade linien gezeichnet werden sondern infill also das ähnliche struktur wie hier allerdings nur auf eben dieser letzten schicht darunter ist es gerade so wie es sein soll plötzlich hier entsteht infill da wäre es jetzt nicht weiter schlimm aber hier zum beispiel wenn dann die klammer kommt die ja schwebt das ist ja letztlich eine brücke dann entsteht hier auch infill was natürlich dafür sorgt dass es da auch unter umständen dann durch hängt da geht es noch wenn man jetzt nach oben guckt hier am ende von dem von dem übergang hier ist es auch ist aber auch noch nicht so groß aber hier ist ein ziemlich großer block wo er im prinzip anfängt hier dann zurück zu gehen also linien hier zurück zu zeichnen anstatt durchgehend und das sorgt dafür wenn man das in der klammer sich anguckt dass das zum teil wirklich durch hängt und dadurch die das alles hier schon dann klemmt und schleift das wie gesagt passiert aber nur wenn man diese oberen untere dicke größer macht als 0,6 ich kann das mal auf 0,6 zurückstellen also drei schichten und lass es noch mal rechnen und dann tritt da dieser effekt nicht mehr auf das heißt wenn man jetzt da guckt die letzte schicht da ist alles gerade hier auch die erste schicht überhaupt kein problem keinen keine keine infill linien drin hier sieht man sie wieder und dann kommen die obersten schichten und alles ist sauber und dann kommt hier die erste schicht die der brückenschicht auch hier ist nichts das ist alles sauber das sind nur das sind nur die 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 bewegungen wenn man immer ausblendet oder es ist einfach nichts da hier ist einfach nur filament aber es ist kein kein infill dabei wo er da plötzlich macht die fangen erst nach den schichten hier an darunter ist nichts ich habe auch mal damit experimentiert und habe gesagt gut ich gehe mal auf mehr schichten also zum beispiel 5 das ändert aber nichts wenn man da guckt dann steht hier auch an der stelle plötzlich infill auf der letzten ebene und besonders hier ist es drastisch weil hier ein richtiges loch entsteht weil er das gar nicht zu macht sondern da infill produziert anstatt überhaupt eine geschlossene schicht zu machen kurioserweise auf der obersten ebene ganz oben und auch ganz unten passiert das nicht es ist nur hier an dem übergang an dem übergang hier der quer rüber geht die brücke und hier hier auch und eben da auch und eben nur bei der einstellung wenn man diese oberflächen oder diese oberste untere schicht größer macht als 0,6 kleiner mit als 0,6 ist habe ich jetzt nicht getestet ist aber auch wenig sinnvoll dann wird das ding nämlich wahrscheinlich ein bisschen zu dünn heutig das habe ich jetzt nicht probiert wie gesagt mir ist halt da jetzt nur aufgefallen wenn man jetzt noch sich die die bewegungen anguckt die er fährt sieht man dass hier auch sehr viele bewegungen da sind die hier so kreuz und quer gehen auch längere strecken gehen das ist eben das was mir auch aufgefallen ist dass hier sehr viele wege zum teil unverständlich sind dass er sie im prinzip über so lange strecken fährt anstatt wenn er hier irgendwo fertig ist eben an der nächsten ecke anzufangen fährt er irgendwie da quer rüber und macht dann erst hier weiter und fährt dann wieder irgendwie zurück und macht hier weiter anstatt sagen wir mal so vielleicht weg rum zu gehen und sagt wenn er hier irgendwie die schicht hat geht er halt hier hin und dann geht er hier hin und geht hier hin und hier hin zurück dass halt möglichst kurze wege hat und das tut der code wird so nicht erzeugt also er springt da zum teil ziemlich wüst in der gegend rum und das sorgt zum teil wohl auch dafür dass hier zu hier artefakte dann zu erkennen sind weil er plötzlich hier hüpft kennt er auch so einzellinien die da nur an bestimmten schichten auftreten warum habe ich jetzt bisher nicht rausfinden können da bin ich auch noch am optimieren aber arg viel konnte ich da als bisher nicht rausholen mit den einstellungen die da sind da werde ich vielleicht eher mal gucken das mit mit slicer noch mal zu probieren da ist aber die einstellung noch etwas komplexer wie hier obwohl ich hier schon alles aktiv habe was gehe also eingeblendet habe man kann das alles wegschalten und das ist eben bei slicer so im prinzip standardmäßig aktiv und man muss sich da erstmal durchwühlen welche funktion oder welche auswirkung hat das ganze das muss ich nochmal machen die ersten ergebnisse die ich mit slicer gemacht habe waren nicht besonders gut da hatte ich extrem viel stringing und das hat alles nicht so richtig funktioniert da muss ich nochmal gucken wenn ich da noch dann was habe werde ich wahrscheinlich nochmal ein video machen dazu das war es erstmal von 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 von